Ich habe ja Diabetes Typ 1 und den Scanner trage ich halt immer bei mir und dann gucke ich auch wirklich vorher, bevor ich zu einem Bewohner reingehe, wie mein Wert ist. Also wenn es mir auch nicht gut geht, dann sage ich meinem Teamkollegen auch Bescheid, dann nehmen die dir für Verständnis, dass es mir dann auch wirklich nicht gut geht. Und dann setze ich mich halt einmal kurz eben hin und ruhe mich dann einfach für fünf Minuten einmal kurz aus. Also es wird auf jeden Fall Rücksicht genommen, weil ich ja mit meiner Krankheit auch öfter Schwierigkeiten habe, damit einzuarbeiten. Und da hatte ich dann tatsächlich auch meine Zweifel gehabt, aber ich möchte das auf jeden Fall jetzt auch weitermachen.